Also, ich sag jetzt mal, so wär's gar nicht schlecht, das ist schon perfekt. Und einer allein mit Gitarre ist nischig schwer, aber die halten tapfer durch. Ich muss mal rufhaken, oder kann man hier in den Zierthausplan platzisch? Frag mal, ich schau mal nach vorne. Wo möglicherweise links ein Dudelsackspiel entsteht? Tja, ist die Frage, ist ja fast der Bessere. Obwohl, einer von den beiden eigentlich inzwischen hat schon einen knappen Vertrag. Könnten wir da gleich ein Kreuzchen hinmachen, dass er sich für das Solo auf das Kreuzchen stellt? Hier. Und rechts eine fluchtköpfige und hibianische Vorkuppe mit Kalflöck, toll. Peter, ist das ein gutes Licht für ein Bass-Solo? Und schon 15.000 CDs verkauft, das schreit.